Hallo, ich bin Werner Neumann aus Leipzig und ich wollte in diesem kleinen Video meine neue Zerre vorstellen. Das ist das Blue Secret von Secret Audio und weil ich kein professioneller Effekt Tester bin, spiele ich einfach nur und schraube ein bisschen an den Knöpfen rum und ihr könnt ja selber sehen und hören. Ich spiele mit meiner ganz normalen Stratocaster von Real Guitars, gehe durch ein Hall von Strymon, durch den Flint von Strymon, direkt in mein JB Special von Tone Hunter und das war's, mehr ist nicht. Einfacher Ere 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020